Ja, Freunde der Sonne, ganz, ganz schlechte Nachrichten. Wir müssen dieses Let's Play leider hier vorzeitig beenden. Ich habe es nicht geschafft, diesen Bug zu beheben. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Und ja, spielen wir weiter. Mal gucken, wann es das nächste mal abstürzt. Ich habe schon nach dem Bug gespeichert. Entschuldige, ich denke, konnte ich mir nicht vergreiben. Ich habe mal gespeichert, nachdem ich hier drin war und der Bug behoben war, er hat beim Reingehen auch nicht viel mehr gesagt. Außer, dass er hier runter in den Sand geguckt hat und Oh-Oh gesagt hat, weil da, wo die ganzen Katzen-Kack-Würstchen drin liegen, dort muss jetzt wahrscheinlich irgendwo der... Da guckt er. Das Katzenstreu müsste dringend mal ausgewechselt werden. Das ist genau der Grund, aus dem ich kein Haustier habe. Genau. Wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwie das Ding da rausfischen. So verlockend es auch sein mag, ich kann mich nicht dazu durchringen, in das riesige, dreckige Katzenklo zu springen. Dann müssen wir das Teil rausfischen. So, wo hat er jetzt geguckt? Dort. Ähm, Inventar. Wir fischen es heraus und zwar mit... Das ist doch eine super Angel. Ach so. Ja. Ich nehme an, er hält das Ding jetzt drüber, um herauszufinden, wo es liegt, weil das ist ja ein Metalldetektor, ne? Meine Sense. Ich trage sie gerne nah an dem Fleck, wo früher mein Herz war. Okay, ich kann sie also nur benutzen, wenn er guckt. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir das Teil da rausfischen können. Ah. Okay, hier geht es nicht weiter. Hier von irgendwo. Da, halt. Hat das gepiepst? Ne, ne? Ne. Da muss es noch eine Stelle geben. Manny, wo guckst du? Ah, da. Ne. Da fischt er da drüben. Okay. Hm. Ich habe es jetzt gar nicht piepsen hören, aber er scheint es gefunden zu haben. Sehr geil. Dreamstens. We have so little gelöst. Stinkt etwas, aber es könnte schlimmer sein. Wegstecken. Die Frage ist nur, was mache ich jetzt damit? Wozu brauche ich jetzt einen Metalldetektor? So, wir haben... Was haben wir denn noch für eine Rätsel? Ja, haben wir schon mal gehört, ne? Mag er nicht so Katzen werden? Findet er langweilig? Äh. Wir haben jetzt ja noch... Hä? Okay. Was haben wir denn jetzt noch? Lasst uns mal überlegen. Die Briefe. Das haben wir benutzt. Die Presse. Wir müssen noch den Geldkoffer holen. Dazu brauchen wir den. Das ist die VIP-Karte. Die haben wir schon benutzt. Die Puppette haben wir benutzt, um Naranja auszuschalten. Dieses Ding müssen wir öffnen. Aber wie? Ich glaube nicht, dass ich so an den Schlüssel komme. Wo guckt er denn da hin? Hm. Da geht der... Kann man da noch irgendwo anders hin hier vorne? Vielleicht hier hinten so? Ne. Ähm. Da hat er doch... Da guckt er doch irgendwo hin. Hm. Mal einen Metalldetektor benutzen. Er guckt hier definitiv irgendwo hin. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Äh. Da guckt er auch irgendwo hin. Das möchte ich eigentlich nicht. Das ist die Klappbrücke, die diesen Pier mit der Rennbahn verbindet. Okay, okay, okay. Das nutzt uns auch nichts. Metalldetektor. So, wir müssen doch... Lasst uns mal kurz rekapitulieren. In dem Club müssen wir jetzt erst mal scheinbar nichts mehr machen. Und trotzdem gehen wir hinein. Manny. Manny. Ach so, die reden ja nicht. Hey, habe ich euch je erzählt, dass ihr mich an einen meiner Freunde erinnert? An Salvador Limones? Genau, Mann. Ja, ja. So, Schätzchen hier oben. Der haben wir doch... Wir haben doch dem Anwalt gedroht, ihm, äh... Dass wir dem Max von ihr und ihm erzählen. Ah. Hey, wie wär's mit noch einem? Okay. Frisst sich durch dein Hirn. Einigkeit. Knochigkeit. Ich kann nicht mehr. Hey, du hast mein Gedicht geklaut. Hey, Worte kann man nicht besitzen, Süßer. Okay. Wir sehen uns, du coole Braut. Arbeite an deinem Slangmann. Bald hast du's raus. Ja, geil. Wo ist der blöde Kellner überhaupt hin? Was machen wir? Wollen wir mal mit Glottis reden zwischendurch? Ich hab keine Ahnung wozu, aber... Glottis und Loop. Das sind so Anlaufstellen für mich. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich mit Glottis und Loop reden kann. Wenn ich mal nicht weiter weiß. Den Max kriegen wir jetzt... Ne, nicht Max. Den... Ich weiß gar nicht mehr. Nick. Den Nick kriegen wir ja nicht als Anwalt. Der wollte ja nicht so richtig, ne? Wir müssen dieses Fach öffnen. Wir haben's Glottis gegeben. Das wollte er aber nicht haben. Beziehungsweise Manny wollte es ihm nicht geben. Loop haben wir's versucht zu geben. Und dieser Kassettenfälscher, der will auch nicht. Wie kriegen wir so ein Teil auf? Loop? Loop schreckt uns zwar die Gäste ab, aber sie ist süß. Ich finde Loop süß. Was war denn oben in unserem Büro nochmal? War da noch irgendwas, was wir... Ich kann scheinbar nicht mehr in mein Büro gehen. Oder? Doch, gar nicht. So, was war denn hier? Hier war nur... Genau, da lag der Brief auf dem Tisch da hinten. Und hier ist das Geheimfach für den Roulette-Tisch. Was war denn mit dem nochmal? Ich habe eigentlich immer vorgehabt, es besser zu verstecken. Rouge. Herr Räumant. Fier sehen. Rot. Mesdames, Messieurs, faites vos Jeux, s'il vous plaît. Ladies und Gentlemen, ihr Einsatz, bitte. Mesdames, Messieurs, rien ne va plus. Les Jeux sont faits. Ladies und Gentlemen, nichts geht mehr. Keine Einsätze mehr, bitte. Hey, Vorsicht da unten. Hey, Vorsicht da unten. Welcher Glück, der Glächer, wenn er nicht mehr Glück hätte, wenn er später am Abend zurückkehrt. Oui, Monsieur. Bonsoir. Ich werde es ihm sofort ausrichten. Okay. Mesdames, Messieurs, faites vos Jeux, s'il vous plaît. Ladies und Gentlemen, ihr Einsatz, bitte. Mesdames, Messieurs, rien ne va plus. Les Jeux sont faits. Ladies and Gentlemen, nichts geht mehr. Keine Einsätze mehr, bitte. Okay, jetzt bringt es scheinbar nichts mehr. Wir haben unseren Ziel hier scheinbar erreicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob uns das jetzt was gebracht hat. Der Polizeichef ist jetzt sauer. Ich wollte eigentlich nur mit Lottis reden. Aber wir gehen mal unten gucken, was das jetzt gebracht hat. Ich bin etwas verwirrt gerade, weil ich keine Ahnung habe, was mir das gebracht hat. Lottis. Manny, Polizeichef Bogen ist eben an mir vorbeigegangen. Und als ich ihm ein Lied spielen wollte, hat er mich angeschrien. Ach, macht dir nichts daraus, Manu. Er ist nur sauer, weil er beim Zocken verloren hat. Wollten wir ihn nicht immer gewinnen lassen, damit er uns mag und uns den Laden nicht dicht macht? Heute macht er das bestimmt nicht. Es ist schließlich Feiertag. Ah, okay. Mit Domino und Metsche. Mit Domino und Metsche. Die waren das, die wir am Schiff gesehen haben. Ich bin eben mit Domino und Metsche aneinander geraten. Wir verlassen die Stadt. Wa, wa, wie? Domino hat Metsche. Wir werden ihnen heute Nacht folgen. Was soll ich tun? Du wartest hier, bis ich ein Boot besorgt habe. Hier warten. Verstanden. Okay. Sieh dir nur diese schicke Eintrittskarte zur High Rollers Lounge an. Ist das zu glauben, wie überheblich die da drüben sind? Ich glaube kaum, dass ihr Laden mehr VIP ist als unserer. Du etwa? Ich weiß nicht. Ich versuche da nicht hinzugehen. Tatsächlich? Wieso nicht? Wegen meinem Problem. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn so lange daran gehindert habe, an dem Ding herumzuschrauben. Metsche. Oh yeah. Loop ist cool. Okay. Ich weiß, dass es hier einen Download-Song gibt, den uns Glottis spielen kann. Aber ich habe in dieser Runde mal drauf verzichtet. Ich weiß auch nicht genauso richtig, wie das funktioniert. Und ich hatte auch nicht so richtig Lust, mich da einzulesen. seht es mir bitte nach. Es gibt aber hier einen Song, den man Glottis spielen lassen kann, den man speziell downloaden kann, aber naja. So, können wir hier jetzt was machen? Der Polizeichef ist weg. Ja, da wollen wir uns jetzt mal nichts draus machen. Zu dem da hinten gehe ich jetzt gerade mal nicht. Der will uns ja nur wieder sagen, dass wir unbedingt ganz schnell seinen scheiß Koffer holen sollen. Ja, Glottis ist weg und wir haben den Polizeichef sauer gemacht. Das haben wir doch schon mal erreicht. Jetzt müssen wir mal gucken, was jetzt da draus geworden ist. Also Glottis hat scheinbar ein Problem und ist wohl in Max Club gegangen. Vielleicht hat er ein Wettproblem. Und vielleicht kann uns Glottis diesen Pinguin vom Hals halten, damit wir unten in den Keller rein können. Jetzt nehme ich mal kurz den rechten Zeigefinger, während ich mit dem Mittelfinger den Nummblock bediene. Aber ihr seht, das funktioniert nicht sonderlich gut. Mich hat es ein bisschen gejuckt gerade am Kopf und da musste ich mich kratzen. Und da hatte ich nur eine Hand und dann wollte ich weiterlaufen. Und dann habe ich... Ja, was interessiert euch das? Bestimmte interessiert euch das. Klar. Logo. So, hier Fahrstuhl und... Jetzt wollen wir mal schauen. Gehen wir erst mal... Wo gehen wir als erstes hin? Wir gehen erst mal im Knast kurz gucken. Wo war der? Der war oben. Naja, dann gehen wir erst mal nicht kurz im Knast gucken. Dann gehen wir erst zu Maxens Katzen nennenbahn und gucken... Das ist nicht Maxens Katzen nennenbahn. Wie oft ich noch hier nennen werde, weiß ich auch nicht. Maxens Katzen nennenbahn und schauen uns an, was der Ollo Glottis dort macht. Hier geht's die Treppe hoch. Da geht's die Treppe runter. Ist der jetzt mit unserer Karte in die VIP-Lounge? Kommen wir da noch weiterhin rein? Was ist denn jetzt? Da oben ist er. Fang die Maus! Fang die Maus! Hallo Glottis! Oh, hätte ich das nur gewusst. Weiter Bize-Kätzchen! Gelegentlich. Mach's nochmal, Glottis. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Okay, Glottis hat ein Problem. Was ist denn jetzt? Ich wusste nicht, dass du so auf Betten stehst, Glottis. Ja, ja, ich musste den Ärzten versprechen, dass ich's nicht mehr tue. Aber in der High-Rollers-Lounge werden sie mich nie finden. Wiemals! Äh. Ja! Gut, Glottis ist hier. Der Butler hat zu tun. Das heißt, wir könnten doch jetzt hier unser Vorhaben durchführen, ne? Probieren wir mal. Also hier aufdrehen. Gucken, ob der Pinguin angedackelt kommt. Ich sagte Ihnen doch, sie soll in draußen bleiben. Ich wäre nicht da reingekommen, wenn die Bedienung etwas flotter wäre. Hm. Okay. Na los doch! Mein Schätzchen braucht neue Spreuer. Jetzt geht er hoch. Ich sagte Ihnen doch, sie soll in draußen bleiben. Nee, so nicht. Ich wäre nicht da reingekommen, wenn die Bedienung etwas flotter wäre. Hm. Hm. Vielleicht bin er gerade oben bei Glottis. Wir warten mal eben kurz. Gut so, Kätzchen. So mag Papi das. Na los doch. Mein Schätzchen braucht neue Spreuer. So, tackl da hoch. Bring dem Glottis seinen Stoff. Brave Katze. Wo geht er hin? Auf die Beine, du blödes Vieh. Okay, hier ist immer noch nichts. Fang die Maus. Jetzt ist er oben. Ich sagte Ihnen doch, sie sollen in draußen bleiben. Ich wäre nicht da reingekommen, wenn die Bedienung etwas flotter wäre. Hm. Oh, wie wie. Habe ich jetzt nicht genug rein abgelassen? Oh, Baby. Je vous croissant, Miss Excuse. Ja, ja, wie wie. What he says? Ich schlag euch einen dicken Aufhören auf eure Tafelunde. Metalldetektor, Metalldetektor. Bringt der uns hier was? Ich weiß es nicht. Ich öffne es lieber nicht, solange es voll ist. Gut, wir müssen das irgendwie ablassen. Das werden wir. Und zwar. Ja, ja. Verschüttet. Boah, 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 boah. Dieses Monster, der oben, macht mich noch wahnsinnig. Oh, aber Monsieur, je suis très désolé. Gäste haben keinen Zutritt zur Küche. Ich muss Sie bitten, zu gehen. Gleich, Leroy. Raoul. Ah, 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 ah. Zumachen, zumachen. Wenn nicht schneller. Ah. Ich speichere mal eben. Freunde, ich habe ihn eingesperrt. Und was uns das bringt, sind wir in der nächsten Folge. Let's Play Grim von Dango. Bis dahin macht's gut. Tschüssi.